Wie wichtig ist Ihnen eigentlich Ihre Bezahlung? Sie haben vielleicht mal den Satz gehört, es geht doch hier nicht ums Geld oder wir tun das nicht fürs Geld. Das sind Sätze, die kommen normalerweise von Leuten, die haben relativ gute Einkommen entweder gehabt oder haben sie noch. Und natürlich wird jetzt irgendjemand sagen, ja, aber ich kenne eine Person oder ein paar Personen, die machen es wirklich nicht gegen das Geld. Das stimmt, das gibt es auch, aber für eine große Menge von Menschen ist es mit dem Gehalt, insbesondere im deutschsprachigen Raum, besser gesagt in Deutschland, durchaus nicht ganz so einfach. Im internationalen Wettbewerb um Talente stehen sie ganz klar im Vergleich. Und da ist Einkommen eventuell nicht der einzige, aber einer der Faktoren, die relevant sind. Und das Augenmerk richtet sich besonders dann auf Einkommen, wenn gewisse Dinge faktenseitig in Erscheinung treten. Also wenn wir uns zum Beispiel mal anschauen nach der aktuellen Umfrage von AFL-CIO und wir schauen uns mal an, in welcher Branche ist eigentlich welcher Faktor zwischen den höchsten, also sozusagen den Vorständen, dem CEO und den in Anführungszeichen untersten, also der operativen Ebene, welcher Faktor ist da eigentlich üblich? Und wenn Sie sich dann angucken, sogenannte Consumer Discretionaries, also diese Produkte, wo man sagt, die können Konsumenten kaufen, die müssen sie aber nicht, da ist der Faktor zwischen der obersten und untersten Ebene in der Hierarchie-Pyramide mal eben knapp 750. Bei Dingen, die dann schon eher dem Bedarf dienen, wo man sagt, das müssen Konsumenten kaufen, liegen wir immer noch bei knapp unter 400. Wenn wir dann weitergehen, selbst im IT-Bereich liegen wir über dem Faktor 300. Es senkt sich dann im Gesundheitsbereich, da liegen wir bei um und bei 250. Im Finanzbereich sinkt es dann in der Tat, da haben wir etwas über 175. Wenn wir in den Immobilienbereich gehen oder im Bereich Energie, liegen wir bei 130. Wenn wir bei Utilities dann nachher sind, liegen wir unter 100. Also das heißt, über die Branchen hinweg haben wir erhebliche Unterschiede. Wir reden also über Tätigkeiten, wo alle Strukturen, alle Firmen vorhanden sind, also auch mit großen Strukturen. Und bei manchen ist der Faktor zwischen der untersten und obersten Ebene Faktor 100 und bei anderen ist er 750, was natürlich zu gewissen Problemen auch führt. Denn wenn wir uns das anschauen, auch in der Praxis, wenn wir uns mal jetzt ganz normal Firmennahmen anschauen, auch hier aus der, damit die Quelle angegeben wird, AFL-CIO-Umfrage bei Nike zwischen der untersten und obersten Ebene Faktor 2000. Also das heißt, die oberste Ebene verdient 2000 mal mehr als die in Anführungszeichen unterste Ebene. Wenn Sie dann, bei Hilton übrigens genauso, Hilton, die Hotelkette, werden einige kennen. Chipotle, eine ganz bekannte Restaurantkette, da liegen Sie schon bei 2900. Western Digital, das werden einige kennen, da haben viele früher oder auch heute noch Taschenrechner, liegen Sie bei Faktor 5000 und bei Aptiv PLC. Das ist eine Firma, die im Bereich Technik, gerade Mobilität tätig ist, liegen Sie bei 5294 zu 1. Also das heißt, innerhalb derselben Unternehmung haben Sie Faktor 5000 in der Gehaltskette. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, aber im Technologiebereich, da sind die Einkommen doch immer da höher und wachsen auch schneller, wo halt die großen Hubs sind. Also wenn Sie in London sind oder wenn Sie, nehmen wir jetzt mal die USA als Beispiel, hier DICE.com ist die Quelle hierzu. Wenn wir in den USA sind, dann wird natürlich gesagt, gehen Sie nach Kalifornien, gehen Sie in die jeweiligen Technik-Hubs und da werden Sie dann die großen Wachstumsquoten auch finden und auch das deckt sich nicht mit der Realität. Wenn man sich anschaut, das sind in den USA, wo sind denn die Einkommen im Bereich Tech, also im Bereich Technik, da wo Sie wirklich steigen, dann haben wir führen Charlotte in North Carolina mit knapp 14 Prozent, Orlando in Florida mit 13,4 Prozent. Bei New York City hätten es einige erwartet, liegen Sie bei 11,6 oder wenn Sie dann weiter runtergehen, bei Detroit, eine Ecke, wo nun wirklich, wenn Sie mal in Detroit zuletzt waren, eine Stadt mit vielen, vielen Problemen, liegen Sie bei 7,7. Bei Houston in Texas, wirklich ganz im Süden von Texas liegen Sie bei 7 Prozent und in dieser ganzen Liste, die wir hier haben, taucht Kalifornien überhaupt nicht auf. Und natürlich wird dann auch immer gesagt, ja, aber wenn wir solche Vergleiche machen, Mindestlohn, die in Anführungszeichen unterste Ebene der Hierarchie-Pyramide, der Mindestlohn ist ja auch überall anders. Ja, auch das ist in der Tat richtig, wenn wir uns das mal anschauen, da können wir uns gerne mal anschauen, wie sieht es da aus. Das wurde dann tatsächlich von der OECD mal gemittelt und dann auch in Dollar entsprechend umgesetzt, damit man eine Währung hat, weil natürlich jedes Land sehr eigene Währung hat und in Australien liegen Sie beim Mindestlohn von 12,60 Dollar ganz weit oben. Deutschland mit 11,80 Dollar übrigens liegt auch noch ganz gut zusammen mit den Niederlanden mit 11 Dollar. Großbritannien für 10,50, wenn Sie weiter runtergehen, wird es dann relativ schnell sparsam. In den USA mit 7,30 Dollar. Das müssen Sie sich vor Steuern jetzt mal ausrechnen. Wenn Sie dann weiter runtergehen, haben Sie am Ende nachher Russland mit umgerechnet 2,40 Dollar. Also Sie sehen, Gehalt ist ein großer Punkt heutzutage und der Ansatz, dass die Führungsebene sagt, das geht eben nicht nur um Geld. Das ist immer schön, wenn man das sagt, wenn man das selber hat. Aber die Problemstellung liegt noch in anderen Bereichen und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Die Bezahlung, das ist ja wie Schulnoten, die unterliegt immer dem Vergleich. Und ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel aus meiner eigenen Schullaufbahn. Wir saßen damals in Erdkunde bei meinem Erdkundelehrer Herrn Mohr in der 11. Klasse. Ein übrigens hervorragender Erdkundelehrer, bei dem ich unglaublich viel gelernt habe. Es ist überhaupt keine Kritik an seiner Person. Und mündliche Noten damals wurden regelmäßig gegeben und die wurden bekannt gegeben. Also er saß vorne und ging die Adressliste, die Namensliste durch und sagte es öffentlich an. Wahrscheinlich ist das heute schon wegen der DSGVO verboten. Verboten, weiß ich nicht, ich war lange nicht mehr in dem, ich war lange als Lehrer nicht mehr tätig. Und also in der Schule. Und es ging dann halt die Noten rum und dann hieß es Brabant, Nils, ich war relativ oben aufgrund meines Nachnamens, 3. Und damit war ich zufrieden. Er sagte dann auch tatsächlich noch die Punktzahl dazu. Man hatte ja so ein Notensystem. Sagte er 9 Punkte und dann, das ist so eine 3+. Da war ich vollkommen mit zufrieden. Ich habe mich selber sogar eher bei 7 oder 8 Punkten gesehen. Also ich war sehr zufrieden. Alles prima. Und dann ging es weiter und dann wurde eine andere Person genannt. Und diese Person hat dann 7 Punkte bekommen. Also 3 minus. Und dann habe ich gedacht, also wenn die Person eine 3 minus hat, also dann bin ich mindestens, wenn die Person 7 Punkte hat, bin ich mindestens bei 11. Wenn nicht bei 12. Also bei einer 2 oder 2 plus. Und da beginnt es. Und das übrigens ist nicht unnormal. Das ist kein anormales Verhalten. Und das Verhalten ändert sich auch nicht. Und dafür gibt es ein ganz bekanntes Management Game. Ein Spiel, was auch oft gespielt wird in Seminaren mit Führungskräften. Dort haben Sie die Möglichkeit, sich anonym zwischen zwei Dingen zu entscheiden. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einer Firma. Und es wird ein neues Gehaltsmodell eingeführt. Und Sie dürfen entscheiden, welches Gehaltsmodell dort entsprechend zur Verfügung gestellt wird, eingesetzt wird, implementiert wird. Möglichkeit 1. Alle bekommen 1.000 Euro im Monat. Alle. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, alle bekommen 2.000 Euro, aber Sie bekommen 1.500. Als einzige Person. Was nehmen Sie? Logisch zu denken wäre jetzt, dass man natürlich die zweite Möglichkeit nimmt, weil die zweite Möglichkeit immer noch Ihnen 50% mehr Einkommen offeriert als die erste. Das machen aber die meisten nicht. Die meisten würden sagen, das ist eine schreiende Ungerechtigkeit. Dann mitgehangen, mitgefangen. Dann kriegen eben alle weniger. Damit verzichten Sie auf ein Drittel Ihres Einkommens oder um die Hälfte von 1.500 auf 1.000 runter und alle anderen halbieren Sie das Einkommen. Und deswegen immer, wenn Sie sagen, Menschen denken doch nicht logisch, ja, das ist richtig bei solchen Dingen, aber das haben wir zu akzeptieren. Wenn Sie den Menschen halt sagen, denken Sie doch mal logisch, ist der nächste Satz, seien Sie doch froh, dass Sie Arbeit haben. Und dann fangen Sie irgendwann an mit, sind Sie nicht ungelernt und solche Geschichten. Und dann wird es ganz, ganz schlimm. Und Sie müssen sehen, dass der Betriebsfrieden ein sehr hohes Gut ist. Wenn im Betrieb alles läuft, wie es soll, also sprich ein Betriebsfrieden vorhanden ist, dann ist das ein Gut, was mit Gold aufzuwiegen ist, von allen Personen in Lebendgewicht. Und alle sagen auch immer, Betriebsfrieden ist ein hohes Gut. Gerade Führungsebenen sagen das, nur leider wird eben der Betriebsfrieden oft nicht so behandelt. Denn was ganz viele Führungskräfte unter Betriebsfrieden verstehen ist, so, Betriebsfrieden, alle machen das so, wie wir sagen, und zwar ohne Widerworte. Das ist kein Betriebsfrieden, das ist Diktatur. Und deswegen, Betriebsfrieden heißt eben, dass auch wenn Menschen sich nicht logisch verhalten, wir seien einmal ehrlich, gucken Sie während der Pandemie mal, was da draußen los war. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die mit Logik nicht viel am Hut haben. Gerade am Wochenende gab es in London Proteste gegen die Impfung und gegen die Impfstrategie und gegen das Angebot von Impfungen. Es endete, es gipfelte damit, dass die NHS, das ist das Gesundheitssystem Großbritannien, dass Menschen, die für die NHS arbeiten, mit Nazis verglichen wurden. Das wurde dann öffentlich verurteilt, richtigerweise. Aber es ist so, dass Menschen oft, wenn es um sowas geht, nicht mit Logik im ersten Moment dabei sind. Und als Führungskräfte müssen wir uns damit befassen. Und zwar nicht mit dem Satz, dass sie sagen, denken Sie doch mal logisch. Weil das klingt von vornherein herablassen und sie möchten den Menschen quasi erklären, ich erzähle dir mal, wie es läuft, denn du bist ja zu blöd dazu, es zu verstehen. So erreichen sie niemanden. Und noch schlimmer wird es, und das sehen wir leider auch immer wieder, dass intransparent noch gefördert wird. Dann wird sowas gesagt wie, wir reden hier in der Firma nicht über Gehalt. Oder es wird sogar im Vertrag reingeschrieben, dass über das Gehalt nicht geredet werden darf. Also abgesehen davon, dass der Passus in dem Vertrag natürlich ungültig ist. Menschen dürfen über ihr Gehalt reden, wann und wo und wie sie möchten. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum die es nicht tun sollten. Und wenn sie den Menschen den Mund verbieten sollen, dann kann ich Ihnen dazu sagen, in der Firma, wo sie von vornherein so betonen, nicht über Gehalt zu reden, in den Firmen wird um ein Vielfaches häufiger über Gehalt geredet, weil Menschen halt sofort denken, hm, wenn ich über mein Gehalt nicht reden soll, dann ist da bestimmt irgendwas faul. Und in ganz vielen Fällen ist es leider auch so. Und selbst wenn nicht, fangen die Leute an, weiterzusuchen. Und natürlich gibt es da jetzt verschiedene Möglichkeiten. Gerade wenn es dann um den Bereich auch Führung geht, da machen Seminare, also Trainingssinn, Coaching von Führungskräften, auch von Teamleitungen und so weiter. Mit Beratung und Mentoring kann man da helfen, wenn sie Events haben, können Menschen Impulsvorträge dazu halten oder sie eben auch begleiten im Bereich von Projekt- und Interimusmanagement. Schreiben Sie mir da gerne, wenn Sie Interesse haben, eine Mail an nb-networks.com, nb-networks.com. Und wenn Sie Interesse an Artikeln haben zu nicht nur diesen, sondern auch weiteren Themen unter expert.nb-networks.com. expert.nb-networks.com. Da entsprechend gibt es jede Woche direkt ins Postfach, immer am Mittwoch eine Mail mit diversen Ressourcen, Artikeln, Podcasts, Videocasts, Videointerviews und mehr. Alles natürlich komplett ohne Berechnung und 100% Inhalt garantiert werbefrei. Wir wollen uns aber jetzt anschauen, wie es besser geht. Wenn wir die Problemstellung kennen, ist das ja schon mal ein guter Anfang. Wie machen wir es denn jetzt besser? Und Schritt Nummer 1 ist in der Tat, bei der Gehaltsbewertung schlägt die Emotion die Logik. Und ja, das ist unser Problem als Führungskraft. Denn ganz oft wird gesagt, ja, das ist ja nicht unser Problem, wenn Menschen unlogisch sind. Doch ist es. Das sehen Sie übrigens gerade während der Pandemie auch. Wir können natürlich sagen, Menschen, die ohne Ahnung von Wissenschaft irgendwie meinen, Harvard-Professoren ad absurdum zu führen, indem sie sagen, ich habe hier ein YouTube-Video von einer Privatperson. Das ist nicht logisch. Und wir können sagen, das ist nicht unser Problem. Aber es ist genau unser Problem. Denn diese Menschen halten die Pandemie auf, Entschuldigung, diese Menschen halten den Fortschritt in der Pandemie auf, dass wir da endlich mal rauskommen. Denn natürlich sollte sich jeder impfen lassen, logischerweise. Also bei der Gehaltsbewertung schlägt die Emotion die Logik. Und deswegen ist wichtig, das auch zu akzeptieren. Mit rein logischen Argumenten kommt man bei manchen Menschen weiter, aber bei genügend auch nicht. Und wenn Sie jetzt sagen, das hängt nur an der Bildung, das ist leider nicht der Fall. Wenn man sich anschaut, hier wieder das Beispiel in der Pandemie, 10% der Impfverweigernden befinden sich im gut verdienenden, sozialliberalen Spektrum. Also in einem Spektrum, wo man normalerweise sagen würde, da sind Menschen doch eigentlich ziemlich logikgetrieben. Also es geht durch alle Bevölkerungsschichten hindurch. Ich kann Ihnen auch ein Beispiel nennen. Bei einer großen Anwaltskanzlei, die wir betreuen, da ist eine E-Mail, in den Namen natürlich jetzt hier nicht, da ist eine E-Mail aus Versehen falsch geschickt worden. Und da war eine Person dann mit dem Verteiler, die diese Mail hätte nicht sehen können, und eine Person, die schon wirklich gut sechsstellig verdient. Also wirklich im guten sechsstelligen Bereich, deutlich sechsstellig, sieht, dass eine andere Person, die jetzt neu anfängt, 20.000 Euro mehr verdient. Was im Verhältnis von diesem sechsstelligen Einkommen wirklich nicht mal mehr im zweistelligen Prozentsatz ist. Aber sofort ging es zur Personalabteilung und gesagt, wenn die Person das bekommt, dann bekomme ich das auch, und das wird sofort geändert. Ich möchte sofort eine Vertragsveränderung haben. Und da sehen Sie auch hochgebildete Menschen, und Juristen sind ja sehr analytisch und sehr scharf. Sie müssen Anwälte nicht mögen, aber wenn Sie in einer Top-Kanzlei sind, sind Sie analytisch spitzenmäßig. Das muss man, völlig egal, wie Sie zu Anwälten stehen, oder zu Juristen, zu Menschen, die im Bereich Jura arbeiten, wenn Sie sehr gute juristische Abschlüsse haben, sind Sie analytisch hervorragend. Und Menschen, die trotz der ganzen Analytik und der Logik dann sagen, ich möchte aber hier unlogischerweise emotional reagieren, wir müssen uns damit befassen, die Gehaltsbewertung, da schlägt die Emotion, die Logik. Aspekt Nummer zwei ist Transparenz gewinnt. Natürlich immer die Kultur berücksichtigen. Sie können natürlich jetzt sagen, Sie machen es transparent, alle bekommen dasselbe, oder wir haben Gehaltsstufen im Tarifmodell, das geht auch. Das ist nicht jede Firmenkultur, und es wäre auch nicht meine Firmenkultur gewesen. Sie können natürlich auch sagen, Sie haben leistungsbezogene Modelle. Sie haben ein Grundgehalt, und dann gibt es nach verschiedenen Leistungsmodellen Provisionen. Im Vertrieb ist das mittlerweile bei vielen Firmen nahezu üblich. Wenn Sie heute im Vertrieb sagen, hier ist das Gehalt, Provisionen gibt es nicht, sagen viele, dann nennen wir einen Grund, worauf ich was verkaufen soll. Und wenn Sie dann sagen, naja, wenn Sie nichts verkaufen, dann werden Sie entlassen, dann sagen Ihnen die meisten im Vertrieb, wissen Sie, die Marktlage ist so, ich kann mich vor Angeboten kaum retten. Also mit solchen Sprüchen sind Sie jetzt mal gerade ganz hinten einsortiert worden, auf der Prioritätenliste von gewünschten, arbeitgebenden Organisationen. Das heißt also, Transparenz gewinnt, aber wichtig, die Kultur berücksichtigen und dann die Gehaltsmodelle anpassen. Sie können sich, und da gibt es kein richtig oder falsch, Sie können sagen, Sie machen das mit Festgehältern, Sie machen das mit flexiblen Gehältern, Sie machen eine Mischung daraus, Sie machen eventuell, wenn Sie ein Handelsvertreter-Modell wählen, ein Modell mit Handelsvertretenden, dass Sie es nur provisionsbezogen machen. Das hängt viel von der Firmenkultur ab, mit allen Vor- und Nachteilen. Aber wichtig ist, dass Sie das Transparenz machen. Denn Transparenz führt immer zu Gerüchten und Gerüchte eskalieren immer. Das kennen Sie vom Flurfunk oder wie Sie es nennen mögen. Früher hat meine Mutter immer gesagt, das Wichtige erfährst du im Dorf immer an der Käsetheke. Das stimmt sogar. Da musste man sich nur hinstellen, hat alles erfahren von der gesamten Kleinstadt. Und da ist es halt wichtig, Transparenz gewinnt, weil ansonsten Menschen anfangen, Dinge zu erzählen, die oft faktenseitig nicht stimmen, aber gegen sie gehalten werden. Der dritte Aspekt ist, hören Sie auf den Leuten, wenn die gerade anfangen, irgendeine, also Sie kennen den Begriff Meritokratie wahrscheinlich, das ist Leistungsgesellschaft. Hören Sie auf, Leuten so eine Pseudomeritokratie vorzuhalten, in denen Sie dann sowas sagen wie, arbeite deinen Weg hoch und alles wird gut und Geld wird kommen. Denn das ist viel zu generell. Die meisten Leute können dazu keinen Bezug herstellen. Und wenn man zu irgendetwas keinen Bezug herstellen kann, dann sieht man es auch nicht als Vorteil. Jetzt sagen Sie natürlich, sollen wir das gar nicht sagen? Doch natürlich, aber nicht so. Was Sie sagen sollten, wenn Sie denn einen Karriereweg haben, dann zeigen Sie, wenn es denn einen Weg nach oben gibt, zeigen Sie den auf. Also das heißt, wie wäre denn der nächste Schritt und der Schritt danach und welche Voraussetzungen werden erwartet und welche Qualifikationen und so weiter. Und ganz oft sagen Menschen mehr im Personalbereich, ja, wissen Sie, ich sage das nicht so gerne, weil wir sind da ziemlich angetrocknet, wir sind da ziemlich verstaubt und wir haben da ganz viele sehr formale Vorgaben, die Leute als nicht mehr zeitgemäß empfinden. Ja, wissen Sie, wenn Sie das sehen, dann müssen Sie es ändern. Und wenn Führungskräfte diese Änderung verweigern, dann gehen Leute woanders hin. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Beispiel aus meinem eigenen Bekanntenkreis. Da war jemand auf dem Weg zur Führungskraft, der hervorragend gearbeitet hat und zwar im Bereich Kundenservice. Unglaublich viel Kontakt, hohe Frequenz, E-Mail, Telefon, alle Kanäle, Social Media und so weiter hat hervorragend gearbeitet und sollte dann eine oder wollte eine Standortleitung übernehmen und wurde beim Standort abgelehnt mit den Worten, wir hätten Sie ja genommen, aber Sie haben ja nicht studiert. Und daraufhin hat man jemanden eingestellt von extern und die Person hatte, festhalten, Philosophie studiert. Und Philosophie ist natürlich auch ein wichtiges Studium, hat jetzt nicht so viel mit Kundenservice zu tun und schon gar nicht, wenn Leute von extern reinkommen, ohne Erfahrung in der Branche und dann direkt auf die Führungsposition gesetzt werden, unnötig zu erzählen, dass diese Person dann gescheitert ist. Und was die Person gemacht hat, die nicht studiert hat, die hat das Unternehmen verlassen und ist woanders hingegangen, nämlich zu einem Wettbewerber, zu einer marktbegleitenden Organisation, wo sie erfolgreich arbeitet. Und deswegen der amerikanische Grundsatz, da machen die Amerikaner wirklich viel richtig, Hire for Skills, Promote for Attitude. Das ist nachher, also Promote for Attitude heißt, sie sollen lieber etwas früher befördern, damit die Leute nicht anfangen, auf der Stufe der Beförderung, wenn die das langsam im Auge haben, mal einen Marktvergleich zu machen. Dann befördern sie Leute ein bisschen früher als normalerweise üblich und bilden sie dann intern aus, sodass die Leute gar nicht auf die Idee kommen, sich woanders zu bewerben. Aber Hire for Skills, also Einstellen für Fähigkeiten. Und deswegen, wenn sie sagen, es gibt immer den Weg nach oben, es gibt manche Firmen, da ist das tatsächlich so. Also bei einem meiner Kunden, da ist es so, dass der Auszubildende in der IT heute die IT-Leitung macht. Und das ist natürlich ein klasse Beispiel. Und wenn diese Person dann auch sagt, Mensch, wie ging denn das? Dann kann diese Person das genau beschreiben. Und zwar ohne irgendwelche aus der Luft gegriffenen, völlig willkürlichen, dusseligen, formalen Voraussetzungen, die heute sowieso niemanden mehr interessieren würden. Und wichtig ist hierbei, ich möchte auf gar keinen Fall sagen, dass universitäre Abschlüsse schlecht sind. Natürlich macht es Sinn, sich auch faktenseitig mit Dingen zu beschäftigen. Aber es gibt genauso viele gute Leute, die diesen Weg nicht genommen haben, aus den verschiedensten Gründen und sehr gut für die Position geeignet sind. wichtig ist immer, und das ist der letzte Aspekt des, wie machen Sie es besser. Wenn Sie die ersten drei Schritte gemacht haben, die ich jetzt hier genannt habe, also Sie akzeptieren, dass die Emotion die Logik schlägt, dann werden Sie mehr transparent und Sie machen vor allen Dingen mal eine vernünftige kulturelle Analyse und passen Ihre Gehaltsmodelle an. Egal ob fest, flexibel, provisionsbasiert oder wie auch immer. Und dann hören Sie auf mit diesem Gerede von arbeite dich hoch, was völlig nebulös ist. Und dann sagen den Leuten mal ganz konkret, wie Karrierewege aussehen, was sich Leute ja auch anhören. Übrigens, wenn Sie Leuten da sagen, erst mal fünf Jahre Erfahrung sammeln, ist das kein guter Start. Also zeigen Sie den Leuten klar auf, wie es funktioniert. Dann allerdings ist halt wichtig, eins müssen Sie akzeptieren, nämlich die Schlechten bleiben immer. Also egal, was Sie versuchen. Wenn Sie irgendwann Leute loswerden wollen, klar, Sie können Menschen kündigen, Sie wissen selber, was das dann für Konsequenzen hat, meistens mit Rechtsstreitigkeit, Abfindung und so weiter, je nach Unternehmensgröße, Situation etc. pp. Aber wenn Sie halt sagen, mir ist das egal, und ich bezahle Leute halt nicht so gut, dann werden Sie Menschen bekommen, wo Sie sagen, die sind jetzt am Anfang ganz gut gewesen, haben sich relativ schnell abhängen lassen, sehen auch diesen Job nur als einen Job wie jeden anderen, kein Herzblut, keine Identifikation mit der arbeitgebenden Organisation. Die bleiben immer. Denn die Leute sind einfach so stoisch, dass die halt auch, denen ist indirekt, natürlich unterbewusst, auch schon bewusst, dass sie auf dem Arbeitsmarkt jetzt nicht die besten Chancen hätten. Aber die wissen eben auch, bei einer Organisation oberhalb einer gewissen Größe genießen die Schutz. Ab gewissen Situationen im Leben oder eines gewissen Alters, da gibt es verschiedenste Faktoren, noch viel mehr Schutz. Und völlig egal, wie Sie sich anstrengen, wenn Sie den Menschen die stupideste Tätigkeit geben, was übrigens schon an der Grenze zum Mobbing ist und damit nicht akzeptabel, die Schlechten bleiben immer. Aber die Schlechten sind nicht da, weil sie schlecht sind. Die Schlechten sind da, weil Sie vorher nicht als Führungskraft geguckt haben, was es mit Bezahlung und den Umgebungsfaktoren auf sich hat. Sie haben als Führungskraft lange genug die Fakten ignoriert, Menschen gesagt, sie sollen mal logisch denken, ihnen was erzählt von Arbeiter halt hoch, nebulöseste Versprechen und am Ende war da so ein Rudel von Menschen, die plötzlich, wo Sie sagen, dann immer noch da sind, aber sagen, die erfüllen nicht meine Anforderungen. Das haben Führungskräfte kreiert. Das ist nicht die Schuld der Menschen. Die Menschen möchten einfach nur ihre Miete bezahlen, pünktlich kommen, pünktlich gehen. Und auch davon brauchen Sie Menschen, die keine große Karriere machen wollen. Sie können nicht alle Leute in Ihrer Organisation haben, die nur Karriere machen wollen. So viele Position haben Sie nach oben hin gar nicht, logischerweise. Aber Tatsache ist, wenn Sie Menschen haben, die Sie nicht mehr haben möchten, weil die auch nicht gut arbeiten, die haben Sie in den meisten Fällen selbst kreiert. Und da müssen wir uns als Führungskräfte einfach auch ganz ehrlich in die Augen schauen oder in den Spiegel schauen und sagen, da haben wir unser Verhalten zu ändern. Denn klar, viele sagen, Bezahlung ist heute nicht mehr das Wichtigste, aber Bezahlung ist eben auch nicht das Unwichtigste. Denn viele Menschen sagen halt, sie möchten einen Job haben, der Sie ausfüllt, den Sie als sinnvoll erachten. Die Sinnfrage wird immer wichtiger, aber auch einen Job, wo Sie nicht jeden Euro viermal umdrehen müssen, damit Sie irgendwie über die Runden kommen können. Und deswegen ist wichtig, dass auch wir als arbeitgebende Organisation und wir als Führungskräfte dazu dann nicht nur Sinn stiften, sondern eben auch im Lebensunterhalt, im Bestreiten des Lebensunterhaltes dann auch finanziell beitragen. Wichtig war übrigens, wir haben natürlich gerade auch bei solchen Dingen immer die Frage, gibt es da auch andere Einblicke zu? Ja, gibt es in der Tat. Wir haben hervorragende Interviews jetzt gerade gestern veröffentlicht mit Steffen Ritter, einem der bekanntesten Trainer und Berater aus der Versicherungsbranche. Und Sie wissen, Versicherung, da geht es um viel, viel Geld. Und wir haben Steffen Ritter unter anderem dann eben auch zum Thema Versicherung und was ist denn mit Versicherung und dem Leben dort so auf sich hat interviewt. Und das ist im deutschen Podcast, das können Sie direkt im deutschen Podcast sehen, gestern veröffentlicht worden. Im englischen Podcast finden Sie Frederik Mittelstedt, der in London wohnt und ein internationales Team führt. Da geht es nicht nur um internationale Arbeit, da geht es um Remote Work, da geht es aber auch um Bezahlung. Denn Frederik Mittelstedt kommt aus Berlin, wo er natürlich mit seinen Skills im Bereich Technik und Entwicklung alle Möglichkeiten gehabt hat und trotzdem sich entschieden hat, das Land zu verlassen und auszuwandern. Und doch das ist ein Faktor, den Sie immer häufiger sehen. Wir haben normalerweise drei Prozent der Deutschen gehabt, die pro Jahr, also gesehen auf die Bevölkerung, das Land verlassen haben und das ist um ein Viertel hochgegangen. Vier Prozent mittlerweile. Also ein Viertel mehr Menschen wandern aus und vor allen Dingen Menschen, die sehr gut qualifiziert sind. Und ich gehöre auch zu den Ausgewanderten. Sie müssen jetzt selber entscheiden, ob ich zu den Qualifizierten gehöre oder nicht. Das Ego habe ich nicht, dass ich hier mich selbst beweihräuchern möchte. Aber Tatsache ist, das Thema Einkommen spielt bei diesen Dingen immer eine entscheidende Rolle. Lassen Sie uns da gerne auch in Kontakt treten. Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an nb-networks.com nb-networks.com Ich freue mich da jede Woche über die Diskussionen, die wir haben und da werden wir mit Sicherheit auch diese Woche hervorragenden Austausch haben. Wichtig ist jetzt, dass Sie wirklich bei sich mal schauen, wie sieht es bei Ihnen aus. Eine echte und gute Analyse machen, nichts überstürzen, denn solche Dinge in Sachen Gehalt müssen sehr gut geplant sein und dann das Ganze entsprechend in die Anwendung bringen in Ihrer Organisation und deswegen bleibt mir auch zum Schluss nur noch eins zu sagen für diese Woche. Vielen Dank für Ihre Zeit.